Hallo meine Lieben, ich bin zu Hause angekommen. Flughafen Hannover bin ich natürlich durch den Zoll durch, weil ich noch eine Stange Zigaretten nachverzollt habe. Ja, macht man ja natürlich. Man möchte ja keinen Ärger mit den Gesetzen haben. Es sind oder waren oder sind 17 Grad, es regnet. Ja, na sehr schön. Ah, zu Hause angekommen, trautes Heim, Schock muss sein, Antrag auf Arbeitslosengeld abgelehnt, weil ich krank geschrieben bin noch. Tja, gut, muss ich jetzt wieder einen neuen Antrag stellen. Ach Mann, ach, doch, das bringt mich nicht aus der Ruhe, weil ich ja wie gesagt weiß, dass ich bald weg bin von hier. Ja, ich musste nur wirklich nach Hause, weil ich ja wie gesagt noch die Termine, wie gesagt, das geht mir selbst auf den Keks. Ja, ich musste nach Hause, weil der OP-Termin bevorsteht. Das ist leider wirklich so. Ähm, die Jungs von Efzano Paralos hatten mir eine Einladung geschickt für einen, ja, für einen Stream. Dem werde ich natürlich dankend annehmen. Ich muss jetzt halt nur gucken, wie ich das mache. Naja, freue mich schon. Bin auch ein bisschen nervös, ein bisschen aufgeregt. Aber jetzt, wie gesagt, es ist, äh, 4 Uhr morgens, werde ich mich erstmal ein bisschen ins Bett hauen, eine Stunde pennen, mich ein bisschen sammeln. Und dann geht's Montag, alles wieder frisch, fromm, fröhlich, frei von der Leber los. Vielen, 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 vielen Dank übrigens. Ich bin jetzt über, auf die über, auf über 200, ähm, Abonnenten gekommen. Ich freue mich wirklich wie ein Schneekönig, dass das so schnell ging. Ich würde mich freuen, wenn ihr alle weiterhin so schön abonniert. Eure Daumen nach oben gebt, eure Daumen nach unten gebt, einen netten Kommentar da lasst. Und, ja, ich habe auch gelesen, natürlich, ich muss eigentlich mich schon fast entschuldigen dafür, dass ich vorhin am Terminal, beziehungsweise beim Corona-Test so ausgerastet bin. Aber ich muss halt wirklich sagen, es geht besser, liebe Türkei. Ja, ich mache da keinem einzelnen einen Vorwurf oder so. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Und es war einfach nur so, dass es überall hieß, das geht auf Deutsch und hin und her und hoch und runter. Und dann kommt man da hin und dann ist kein Dolmetscher da und nichts. Und überall Menschen, wirklich, also der ganze Eingangsbereich war dort voll. Und es war einfach nur Gedränge, Hektik. Einer wurde dann plötzlich lauter als der andere. Dann kam schon Polizei, weil der eine mit Schläge gedroht hat und der andere, äh, Leute, das, wie gesagt, das war echt nicht mehr schön. Deswegen habe ich dann gesagt, okay, hier kommt, behalt euer Zeug. Ich werde das hier in Deutschland machen. Scheiß drauf. Ja, also wie gesagt, es war nicht böse gemeint oder abwertend oder sonst was. Das ist auch ein bisschen so der Situation geschuldet. Also, nicht böse sein. Ja. Ich wollte sogar ein Video machen vom Kofferband in Deutschland, weil das ja auch immer so lange dauert. Und da wollte ich dann sagen, Deutschland, das geht besser. Ja. Jetzt sind wir gerade raus aus dem Flieger und rein in den Terminal und da waren die Koffer schon auf dem Band. Und, ja, aber es geht einiges besser. Ja, aber wie gesagt, es wird, es geht wieder bergauf. Leute, wie gesagt, ich bin wirklich total euphorisiert von eurer Anteilnahme und schön, dass ihr wirklich da seid. Schön, dass es euch gibt. Ich werde auf jeden Fall in vier Wochen wieder in die Türkei fliegen. Mir egal, was meine ganzen Hater denken oder auch mein ganzer Umkreis oder sonst was. Ich möchte einfach da sein. Und, ja, mich hält hier nichts mehr. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Rest. Morgen, wie auch immer. Alle, die jetzt zur Frühschicht fahren oder, ja, zur Normalschicht oder sonst irgendwie. Passt auf. Macht euch nicht kaputt. Immer jawasch, jawasch machen. Wie gesagt, ich werde jetzt ins Bett gehen. Und habt nochmal vielen, vielen herzlichen Dank. Ich bin wirklich total hin und weg. Dankeschön nochmal. Wir sehen uns. Vielleicht die nächsten Tage wird es keine Türkei-Videos geben, wie ihr euch denken könnt. Ja, weil ich ja leider zu Hause bin. Vielleicht kann ich euch hier mit ein paar Videos dann zu Hause klingt so blöd irgendwie. In meiner Heimat. In Deutschland. Vielleicht kann ich euch irgendwie anders erfreuen. Es gibt ja auch schöne Orte bei mir direkt vor der Haustür. Vielleicht kann ich euch da ein paar tolle Sachen erstmal zeigen. Bis ich dann wieder in meinem heiß geliebten Alanya bin. Okay, Leute. Wie gesagt, 50, 55% waren leider immer noch keine Abonnenten, die die Videos schauen. Es wäre ganz lieb, wenn ihr ein Abo da lassen würdet. Vielen Dank nochmal. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Man sieht sich und bis später. Bye, bye.